Hallo und herzlich willkommen zum HOFA Talk. Heute geht es um eine Leidenschaft, die alle Anwesenden hier verbindet, nämlich um Gitarren. Ich stelle mal kurz die Anwesenden vor. Wir haben hier Steffen, Tutor und Audio-Ingenieur hier bei HOFA. Hallo. Sowie Gitarrist der Band Slotera. Jochen Sachse, Gründer und CEO von HOFA sowie Senior-Ingenieur und Kopf der Band INI. Wir haben hier Pascal, einen Akustiker, der HOFA, der die Band Alternative Ways hat, wenn ich das recht verstehe. Rock Rock, sehr gut. Und Buddy, ehemaliger Sänger und Gitarrist der Band Meatballs, ebenfalls Tutor und Audio-Ingenieur hier bei der HOFA. Ich bin Hilton und jetzt schauen wir uns mal ein paar von euren Gitarren an. Das sieht mir hier sehr klassisch aus. Buddy, was hast du da mit dabei? Fangen wir mal bei mir an, okay. Naja, eine SG. Eine Gibson SG. Ja, klassisch. Was gibt es dazu zu sagen? Ordentliches Brett, macht Krach, macht Spaß. Vintage. Ist es eine amerikanische oder ist das irgendwie eine... Das ist eine amerikanische, ja. Genau. Müsste 2011 oder 2013 sein, also ist jetzt keine ganz alte, aber auch keine ganz neue. Pascal, was hast du da? Ja, ich habe meine PRS SE dabei. Eine von mehreren, die ich besitze. Das ist hier die Ford Rose-Variante, das ist 2014. So mein Main-Brett, wenn es um Alternative Ways geht. Also ich liebe alle meine Gitarren. Das ist aber die gute Cherry hier, die ist hauptverantwortlich für die meisten Sachen, wenn es um Songwriting geht und wenn es halt um die Band geht, also um die eigene Musik vor allem. Ist immer in schönem Drop Cis gestimmt, angelehnt an Linkin Park, Pliny, dergleichen. Schönen New Metal, mein Background so ein bisschen und eben auch Proc viel. Deswegen geht es sowohl für Hartes als auch für Sanftes sehr, sehr gut. Also für dich das vielseitigste Tool? Naja, sechsseitig, aber... Nein, nein, nein. Vielseitig mit A, alles klar. Cool. Jochen, du fällst ein bisschen aus der Reihe. Ja, ein bisschen noch Vintage als Vintage irgendwie, ne? Ja, aber du hast mein Herz schon erobert mit Martin. Ja, die mag ich wirklich. Das ist eine D35, ein Seth-Avord-Modell. So eine typische Dreadnought mit einer Fichtendecke, Schweizer Fichte interessanterweise. Und ja, ich habe jetzt momentan so Nickel-Seiten da drauf und das klonkt eigentlich schon ganz gut. Schön leicht, sehr schwingfreudig, irgendwie ein tolles Holz. Das ist aber ein neueres Baujahr, ne? Definitiv. Ich glaube, die kam vor zehn Jahren oder so in einer 500er limitierter Auflage raus. Puh, okay, alles klar. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir kriegen ja nachher noch ein bisschen was zu hören. Steffen? Ja, genau. Dann schließe ich die Runde mal ab. Und zwar mit meiner Psola A27. Das ist das siebenseitige Modell. Sie ist sehr spitz, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Relativ auch Standard-Metalbrett mit zwei Hambuckern. Mahagoni-Holz, ob das jetzt wichtig ist für den Sound, den ich fahre, sei mal dahingestellt. Aber einfach ein zuverlässiges Workhorse für Live-Studio und Songwriting und was man als Gitarrist eben so tut. Sola ist die Firma von Ola Englund? Genau, Ola Englund. Also kleiner Kontext. Ola Englund ist schwedischer Gitarrist und YouTuber und hat über die Jahre sich einfach da in der Metal-Szene einen Namen gemacht. Sowohl, weil er was von einem guten Metal-Sound versteht, als auch dann irgendwann seine eigene Firma gegründet hat. Nachdem er von Washburn weg ist und seitdem auch sowohl im High-End-Sektor als auch jetzt neu mit S-By-Sola wirklich sehr einsteigerfreundliche Modelle rausbringt. Okay, und die Dinger gibt es hier und da auch mit Evertune-Bridges, habe ich mal gesehen. Richtig. Okay, auf jeden Fall solides Brett. Ja, zum Thema Gitarren als solches gibt es natürlich immer, ich sag mal so, jeder hat individuell was von seinem Geldbeutel oder sonst irgendwas. Wie seht ihr es mit billig versus teuer oder Modding? Hat mal einer von euch so ein richtiges Wurfholz zu was Teurem ummodifiziert oder seid ihr eher so direkt, sagen wir mal, wer billig kauft, kauft zweimal? Wie ist denn hier so die Meinung, Pascal? Also ich sag mal so, meine allererste Gitarre war so eine billige Strattkopie, die meine Eltern mir gekauft haben. Die nächste, die danach kam, war eine von LAG, falls die Firma jemandem was sagt, französischer Hersteller. Damals haben die aber halt so Ibanez-mäßige Metal-Dinger, 200 Euro. Da habe ich dann irgendwann mal die Idee gehabt, als ich dann die schon hatte tatsächlich, weil die Alte dann nicht mehr mit der mithalten konnte vom Output und so, habe ich dann die Idee gehabt, dann Simo Duncan's reinzuklatschen, die ungefähr genauso viel kostet wie die Gitarre selber. Die sind auch bis heute noch drin, auch wenn ich die Gitarre fast nicht mehr spiele. Aber das war so das erste Mal, wo ich wirklich angefangen habe, dann zu sagen, okay, ich nehme die Gitarre jetzt mal und baue mal was daran um. Auch wenn es keine Holzarbeiten waren oder irgendwie mal Sattel getauscht oder sowas. Aber so Volume-Knobs ausgetauscht, auch bei einer Tremonti, die ich habe, einer SE, also quasi der SPOL-mäßig, habe ich auch mal die Podys getauscht zu Push-Pull-Podys, um halt quasi dann Coilsplits noch machen zu können. Er hat Tremonti Signatures? Ja, tatsächlich. Er war derjenige tatsächlich, Funfact, der aufgrund dessen PRS die ersten Les Pauls Single Cuts gebaut haben. Okay, okay. Ja gut, wer Euterwitsch nicht mag, kann man nicht böse sein. Krass. Ja, aber das ist so der Umfang, in dem ich mich ja Pickups getauscht, Nobs getauscht. Ja, krass. Also ich weiß nicht, ich habe mal von einem Gent-Metal-Gitarristen gehört, irgendwie in billige Gitarren sollte man keine teuren Pickups reinbauen, die enttarnen den Sound. Was meinst du dazu, Jochen? Ist das Quatsch oder kannst du das nachvollziehen? Ich habe heute Morgen, um mich einzustimmen, dieses Video von Jim Lill geschaut, wo es darum geht, wie man eine Gitarre komplett reduzieren kann. Am Ende hat er wirklich nur noch zwischen zwei Beschwerdenflächen die Seiten gespannt. Da ist kein Holz mehr, da ist nur ein schwebender Pickup. Er muss dann natürlich auch Bottleneck spielen, weil es nicht anders geht. Und hat das wiederum verglichen mit seiner, ich glaube, es war eine Tele, irgend so ein Edelmodell und du hörst keinen Unterschied. Also insofern, ich tue mich jetzt schwer, über irgendwelche Holzsachen zu reden, weil das Gegenteil ist da schon längst bewiesen. Also ich glaube, so im Handling einer Gitarre, da war früher teuer, billig, schon noch ein Riesenunterschied. Mittlerweile gibt es dieses Blacking, so eine Technik, die einfach ganz präzise die Gitarre vermisst. Und das kostet bei Thomann, ich glaube, 60 Euro, kannst du ein Instrument hinschicken. Okay. Und dafür hat man früher dann schon teure Instrumente gekauft und es war trotzdem manchmal nicht ganz in Ordnung. Also ich glaube, der Unterschied ist ein bisschen zusammengeschrumpft. Ich glaube, am Ende ist, wenn es brummt und man denkt mal über ihrem Schießen, das ist sicher kein Nachteil. Und es hängt manchmal auch ein bisschen davon ab, wo man wohnt. Also je nachdem, wo die Gitarre anschließt, brummt sie halt und irgendwann das brummt sie nicht. Und dann musst du vielleicht reagieren, wenn du Spaß haben willst. Aber die Emotion ist sicher eine andere, ob du halt in ein teures Instrument gehst. Vielleicht ist es auch ein bisschen nachhaltiger, wenn man es kann, eine teure zu kaufen. Man sucht nicht permanent weiter und wie du schon gesagt hast, man kauft halt zwei, drei, vier, fünf Mal, wenn man nicht das kauft, was man wirklich will. Und wenn man die hat, die einen glücklich macht, dann hat man vielleicht einfach Ruhe und der Geldbeutel auch. Also es ist natürlich auch schon ein bisschen, was die Mechaniker belangt. Nicht jeder hat Schaller oben dran kleben oder sowas. Aber ich sage mal an den richtigen, zumindest Sattel, alles was am Mechanik da ist, sollte einigermaßen sitzen. Wenn es nicht stimmstabil ist und die ganze Zeit rausfliegt, das ist es halt nicht. Beim Ton ist es nochmal was anderes. Ja, wobei die billigen Sachen natürlich auch so ein bisschen dazu einladen, sich mit dem Instrument selbst mal so ein bisschen zu beschäftigen, um genau an diesen Stellschrauben zu drehen, ohne dass man jetzt die Angst haben muss, dass man jetzt ein teures Instrument ruiniert sozusagen, um einfach mal rauszufinden, wie gehe ich jetzt da ran, wenn ich jetzt komplett meine Potis austauschen will, komplett ein neues Pickup-Set reinmachen, wie kriege ich den schönen Knochen- oder Grafittsattel genau so in die Lücke rein, dass das Ding auch wirklich dann stabil sitzt. Ja, und da ist natürlich die Lücke auch grundsätzlich schon mal weit zusammengeschrumpft durch die Art, wie die Dinger produziert werden. Und ja, es macht dann halt gleich schon mal mehr Spaß. Du hattest gerade, Pascal, vorhin die günstigeren Ibanez-Modelle angesprochen, auf denen, glaube ich, viele von uns auch so ein bisschen angefangen, so in unserer Altersklasse. Beziehungsweise in meinem Fall sogar noch ein Klon davon. Also eine Gitarre, die so in die Richtung geht und im Preis noch drunter liegt. Wobei ich auch noch mal einhaken muss, wenn ich gerade das Wort schon habe, zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube tatsächlich, wenn man mal ehrlich ist als Gitarrist, ob jetzt die Gitarre hochwertig ist oder nicht, man kauft sich trotzdem nicht weniger deswegen hinterher. Ich habe es gehofft, aber wahrscheinlich hast du recht. Es geht ja dann nicht nur darum, was Besseres zu haben, sondern einfach nur die Diversität zu erweitern. Oder einfach nur, weil es schön aussieht. Das kann ja als Grund schon ausreichen. Man braucht auch viele. Natürlich. Also die Anzahl an Gitarren, die man braucht immer N plus 1. Und N ist die Anzahl, die man jetzt hat? Ich habe vor kurzem mal 60 Schals gekauft, weil ich meine Instrumente, wenn ich mische so und im Raum sind dann viele Gitarren, dann zoomt das halt so nach. So dieses typische, gerade bei akustischen Gitarren ist das ja deutlich. Und dann musste ich auch feststellen, dass 60 Schals, und die Schals brauche ich, um rumzuwickeln, dass die Seiten nicht mehr klingen, einfach nicht mehr gereicht haben. Also es sammelt sich über die Jahre einiges an. Und im Winter frieren es auch nicht mehr jetzt, die Gitarren. Das ist richtig. Richtig, der Hals bleibt stabil. Aber man hat ja auch unterschiedliche Seiten dann drauf. Oder man nutzt manche eher für Bottleneck-Sachen. Oder andere Tunings vielleicht. Andere Tunings, ganz genau. Oder verschiedene Anzahl an Seiten oder so. Es gibt ja schon etliche Möglichkeiten, trotzdem nur ein Instrument für einen Job zu haben, auch wenn man viele Gitarren hat. Aber selbst wenn man zweimal dieselbe Gitarre hat, kann sie sich ja auch trotzdem ganz anders anfühlen oder auch anders klingen. Also ist immer individuell. Hast du mal zweimal die gleiche Gitarre gekauft? Nee, nicht gekauft. Du warst da mal dieselbe, noch spannender. Oh. Wenn man die deutsche Gitarre raushängen lässt. Nee, aber im Musikladen spielt man ja dann doch öfter mal irgendwie alle zehn Stratsan oder alle zehn SGs, die da hängen. Und dann merkt man doch schon deutliche Unterschiede teilweise. Man hat mehrere Produktionsräume. Also ich habe zu Hause schon sehr ähnliche Gitarren wie hier. Leicht unterschiedlich. Der eine ist halt dann schwarz, der andere blond oder so. Aber gleiches Modell. Und ja, das denkt man dann doch erst zwei verschiedene Gitarren, obwohl es so vom Tagging eigentlich dasselbe war, bis auf die Farbe. Ich wollte dich ohnehin darauf ansprechen. Also du wirst mit Abstand von uns die größte Gitarrensammlung haben. Dafür bist du ja auch schon bekannt. Kommst du von der Akustik-Gitarre oder von der E-Gitarre? Was kannst du sagen, womit du eingestiegen bist? Ursprünglich E-Gitarre. Das war eine Luxor 100. Also das war wirklich ein, ich glaube, die 100 hat nicht mal ganz den Preis abgelegt. Ich habe damals 80 DM oder so gekauft. Das war meine erste Gitarre und ich habe die klassisch über ein Röhrenradio gespielt. Irgendwann dann noch mit einem Tube-Screamer davor, als es den dann endlich gab. Aber das war, also klang echt gut. Und da hattest du solche Umschalter oben. Und das war immer eine neue Welt. Die 70er-Version vom Tube-Screamer? Die alte Metall-Version? Die urensichersten waren damals die ganz, ganz anders. Ich habe ihn leider nicht mehr. Ich habe jetzt einen neuen gekauft. Für mich klingt auch nicht so viel anders. Aber ich habe sicher auch nicht mehr so im Ohr keinen AB-Test. Es gibt da mittlerweile Paddle-Hersteller, die, ich glaube, es gibt sogar hier einen ziemlich guten in der Nähe, irgendwie Preston Pipe. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Etsy Platinen selber macht das ganze Ding. Fasspaddles auf Ringmodulationsbasis. Abgefahrener Kram. Ich habe es auch wahrgenommen, dass selbst im Bereich Modular gibt es Leute, Modularhersteller, die Paddles herstellen und andersrum. Es geht gerade alles so ein bisschen ineinander rum. Und wo seht ihr den Trend? Paddleboard, Amp, das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Aber wir müssen es anschneiden. Also ich meine, wir haben eine Positive Grid, Bias FX. Wir haben natürlich Neural DSP, die sowohl Hardware als Software vertreten haben. Paddleboard, Amp, Fraktion. Wie sieht es bei euch aus mit Software? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr beide Lösungen? Seid ihr Puristen, Buddy? Wie sieht es aus? Naja, also Impulsantworten sind natürlich cool und easy zu handeln. Aber ich persönlich bin da eher ein bisschen oldschool. Ich habe noch Amps bei mir im Proberaum und mag es einfach, wenn mich das wegfegt. Das ist einfach mein Ding. Was für Amps hast du? Also einen Fender, einen Marshall, Randall. So je nachdem, wie ich mich kopiere. Kombiniere die ab und zu mal unterschiedlich. So je nachdem, wie es halt gerade lauter macht. Okay, darf ich fragen, was für einen Marshall-Amptor hast du? Das ist ein JCM 800, aber die Dual-Channel-Variante davon, also mit Clean und Zei-Kanal. Ja, der letzte gute Marshall. Entschuldigung. Unpopular. Ist auch schon ein bisschen älter diskret. Ja, aber finde ich fantastisch. Wenn man kein Super-Lead-Plexi, irgendwas derartiges, dann ist der 8 und hat halt noch etwas mittlerwahl. Ich kann mich erinnern, dass bei dem neuen Hurd, da kam ein Shitstorm auf. Damals hat man es noch nicht so genannt, aber ich kann mich an eine ganze Menge Gitarristen erinnern, die ja nicht so ein Fan von waren. Ganz zu schweigen von dem, was danach kam. Und das hat, glaube ich, den anderen Herstellern auch ein bisschen Wind gegeben. Was meinst du? Also, wie man auch hinter mir sehen kann, falls man es gut sieht oder auf der Seite besser. Das sieht man, es leuchtet so schön. Bin ich auch, glaube ich, der Einzige, der jetzt, du hast ja auch hier in deinem Fußbrettchen eine Röhre drin. Das ist eine Leihgabe. Ich bin heute nur mit Gitarre da. Meine Güte. Auf jeden Fall bin ich ja eher noch so ein bisschen Amp-fixierter. Ich habe zwar auch zwei, drei Neural-Plugins, also zwei für Bass, eins für Gitarre. Nutze es aber auch wirklich nur, wenn ich mein Amp mal im Proberaum stehen lasse, weil ich keinen Bock habe, mit Samt Paddle oder nach Hause zu stecken nach der Probe. Also, da ich halt den Grandmeister habe für Hüsenkettner, habe ich halt die Cap-Simulation, die mir halt quasi die Lautstärke, gerade zu späteren Uhrzeiten erspart, aber immer den Röhren-Sound quasi dabei. Da ist das Ding halt echtes Workhorse, wenn man darauf so steht. Das ist halt sehr flexibel. Aber ich will auch dem Sound nicht so ab, ja, mich nicht davon beabschieden auf jeden Fall. Gerade bei so Recording-Sachen ist vielleicht auch eine unpopular Opinion. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, Steffen, du machst ja auch viel mit Plugins und so. Du hast ja auch schon hier bei Hofer viele Workshops gemacht, so ein Thema. Ja, definitiv. Aber ich finde zum Beispiel gerade bei Recording, das hat für mich so ein Gefühl, dass einfach dieses Aufdrehen vom Amp und das Mikrofonieren, auch das mit da rumspielen und nimmt man jetzt einen SM7B, dann SM750, dann nimmt man jetzt einen MD421. Das macht irgendwie viel aus für mich. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel für Alternative Ways, wenn wir die Alben gemacht haben oder die EPs und das Album, haben wir die Gitarren immer vom Amp abgenommen, egal ob clean, distorted, selbst den Bass und was ja eigentlich für modernen Proc auch ein bisschen untypisch ist. Du bist instrumental, das heißt also bei euch ist die Gitarre auch als Lead-Instrument so vorne? Genau. Ab und zu auch Saxophon, aber meistens halt die Gitarre. Okay. Und da war es auch immer wichtig, einen guten Sound zu finden, gute Positionen mit dem Mic zu finden. Da ist auch der Sound einfach, wenn du im Raum sitzt selber und es aufnimmst. Ich finde, wenn du das mit Plugins machst, das hat für mich beim Producing, beim Aufnehmen immer so ein Vibe von mit angezogener Handbremse fahren, so als würde was fehlen. Auch wenn es nur das Feeling ist, weil der Sound ist ja mittlerweile schon nah dran oder sehr nah dran. Vielleicht ist es sogar manchmal besser, weil er noch flexibler ist und noch einfacher umzustellen, weil du auf dem Mausklick einfach ein Mikrofon vom Amp haben kannst, was du dir vielleicht gar nicht leisten kannst in real life. Aber irgendwie finde ich, mir persönlich fehlt vom Feeling einfach was. Weil das Neural Plugin nehme ich zum Üben, weil wenn ich Demos mal kurz einbretter nachts um halb drei oder so am Wochenende, aber der Amp ist halt für die Bühne, für den Proberaum, für das Recording, dann quasi so das finale Upgrade dann zum... Wenn ich da kurz einhaken darf, weil du das Thema Live und Recording jetzt tatsächlich schon zweimal angesprochen hast. Das ist tatsächlich, also finde ich, ein valider Punkt, also gerade was das Live-Ding angeht, je nachdem wie viele Kicks mal live spielen, was für Venues mal spielt, auch wie die Monitoring-Situation oder wie kompetent die Technik vor Ort ist, ist ja auch immer so ein Ding. Also sehr wahr. Muss ich halt sagen, ich würde persönlich, sehe ich nicht mich zurückgehen zu einem Amp auf der Bühne, einfach nur, es ist deutlich, es ist effizienter, es ist auch irgendwie stabiler. Guckenschonender. Ja, exakt. Wenn ihr trainieren geht, macht das nicht so viel im Heben. Ja, true, aber auch mein Kauferraum hat nur so viel Platz. Guter Punkt. Und dementsprechend, klar, für das Recording kannst du dir ja auch irgendwo Zeit nehmen, gerade ihr produziert eure Sachen auch selbst, du hast alle Zeit der Welt, aber auf der Bühne, der Umbau muss schnell gehen und entweder raucht dir im schlimmsten Fall mal der Amp ab, Kabel ist falsch gesteckt, irgendwas anderes funktioniert nicht, alles schon erlebt und dann ist das einfach, zumindest für mich einfach, die Lösung einfach da mit einem Modeler zu gehen, weil im Endeffekt, also es ist natürlich auch immer so ein bisschen von der Mucca abhängig, die man macht, aber wenn es um Zeitdruck geht oder auch um Konstanz irgendwo, wenn ich weiß, ich gebe jeden Abend denselben Sound raus und ich weiß auch, dass unser FOH jeden Abend weiß, was da auf ihn zukommt und er nicht, wie der Ochs vorm Berg dann spontan da steht und sagt, ja Kollege, was mache ich jetzt damit? Und das ist halt auch irgendwie so, wenn du dir halt so ein bisschen eine Identität schaffen willst, auch live gerade heutzutage und besonders in der Mucca, jetzt gerade so moderner Metal, wo der Sound von einer Gitarre und eigentlich allem so weit weg vom eigentlichen Mikrofonsignal, was es irgendwann mal war, so weit weg ist, dann bin ich immer großer Advokat dafür, zu sagen, kauft euch Modeler und macht euch das Leben ein bisschen einfacher. Die Stage-Technik ist ja heute weiter. Also es gab ja tatsächlich auch Zeiten, wo du gedacht hast, du hast einen Gitarristen mit einem Full-Stack, einem Paddleboard, das so breit ist wie ein Golf 2 und dann musst du ihm sagen, dass all das durch ein Mono 70-Euro-Mikro durch muss und du hast bei einem Festival einen Mischer, der ungefähr gerade im ersten Lehrjahr ist und das ist dann das Resultat von deiner großen, erhabenen Geschichte. Aber das ist natürlich heute alles irgendwie auch ein bisschen weiter. nur, es hätte sich damals ja auch niemand mit einem Laptop auf die Bühne getraut. Ne, ich meine mittlerweile, wie viele Bands splitten mittlerweile in einem eigenen In-Ear-Rack und geben nur noch eine Pie Chain raus. Also was das angeht, also klar, beim Recording bin ich komplett bei dir auch da, also das Gefühl zu haben, selbst das so genau auszutüfteln, das ist einfach nochmal, ja, so ein Rabbit Hole, in das mal einfach, wo es auch wirklich Spaß macht, abzusteigen. Aber wenn es halt schnell gehen muss und du dann in dieses Rabbit Hole musst, dann schlägt das ganz schnell den Stress um. Wobei, da ist auch der Vorteil zum Beispiel von dem Amp, ohne jetzt für die Firma Werbung machen zu wollen oder sowas, gar nicht, bin auch nicht gesponsert oder sonst irgendwas, aber dass solche Amps, die sowas halt hergeben, Rechnung wird schon geschrieben, nein, sowas hergeben, wie zum Beispiel jetzt einfach mit einem Capstum rauszugehen oder sowas, den Röhrenraum trotzdem dabei zu haben oder halt auch so Channels sehr flexibel speichern zu können, da hast du halt so einen guten Mittelweg, den ich für mich jetzt halt auch gefunden habe, wo ich halt denke, da bin ich super happy mit und solange mir das Ding noch nicht explodiert, sehe ich mich auch noch nicht zum Model gehen tatsächlich. Ich meine, was du sagst, macht alles super viel Sinn, aber ich finde, es gibt auch halt Amps, die einem den Mittelweg bieten und da bin ich trotzdem eher da, weil ich das auch irgendwie, weiß ich, ich kenne es halt auch besser, das ist auch so ein Ding, klar, man muss sich erstmal mit einer neuen Techniker einarbeiten, deswegen bin ich da auch nicht, soll ich sagen, Model, das ist jetzt komplette Grütze so, aber da zum Beispiel ist bei uns in der Band der Sound, doch eher der Anspruch für den Gitarren-Soundracker eher in diese Richtung geht, nicht diesen aktuellen Vibes so krass mitzureiten, sehe ich mich dann doch eher so bei der Option so, aber wie gesagt, wie du schon sagst, halt voll abhängig von dem, was du halt als Band auf die Bühne bringen willst. Jochen, was mich bei dir auf jeden Fall nochmal interessiert, da du nur mal einfach wesentlich mehr Erfahrungswert hast, hast du Cherrypicking betrieben, was sind für dich Benefits der ganzen neuen Innovationen von Impulsantworten bis hin zu dem ganzen Modeling-Ding, was sagst du für dich, was kann weg, was war wirklich gut, was war früher besser, was war früher totaler Schrott und worüber bist du froh, dass es vorbei ist? Ich tendiere immer so zu einer Anfangseuphorie, wenn eine neue Technik kommt, dann finde ich die prima, es war bei Piano-Sounds, da fand ich mal den D50 früher irgendwie auch gut, wenn ich den heute höre, keine Ahnung, es erinnert ja nicht mal an ein Piano letztendlich. Und als dann die ersten digitalen Amps rauskamen oder Plugins, ich fand das toll, aber es war halt irgendwie auch ein anderer Sound und es war irgendwie innovativ. Ich glaube, das ist halt die Musik prägt den Sound und der Sound prägt die Musik. Also man muss vielleicht auch so ein bisschen überlegen, auf was man sich da einlässt, weil das macht natürlich auch irgendwas mit dir. Also mittlerweile tendiere ich wieder mehr und mehr zum Amp. Ich nehme zwar auf mit Plugin, UAD oder dergleichen, die Eye parallel dazu, aber dann tue ich es reampen hinterher. Ich will das Gefühl haben beim Spielen, aber der Unterschied ist schon extrem. Das merkt man schon auch, wenn man allein das Instrument in die Hand nimmt, nicht spielt die Geräusche, die dann kommen über die Lautsprecher. Einfach ich führe die Gitarre zu mir und hänge sie um. Das klingt über einen Amp völlig anders, als wenn du das über ein Plugin über deine Studiomonitore hörst. Und das zeigt schon ein bisschen das Filter, was da drauf liegt. Und auf eine Sache möchte ich da auch noch hinweisen. Wenn man jetzt einen Speaker simuliert, dann macht man da eine eher, eine Impulsantwort. Aber ein Speaker reagiert natürlich bei unterschiedlichen Lautstärken völlig unterschiedlich. Das lässt man, also so dynamisch-adaptive Impulsantworten gibt es im Prinzip gar nicht. Und wenn man jetzt hier reampt und spielt am Lautstärkeregler, nur am Lautstärkeregler, dann ändert sich der Sound gravierend. Das wird ja mit irgendeiner Simulation so nicht passieren. Absolut richtig. Ja, finde ich auch so. Ich meine gut, das Erste, was mir einfiel, war Guitar Rig. Ja, wenn du im Studio sitzt als Gitarrist und jemand, der vielleicht einen Synthesizer hat oder irgendwie elektronisch muss, ja komm, wir nehmen den Guitar Rig dafür, dann weißt du, was es bei dir im Magen macht. Also klar, es kommt immer darauf an, was man macht irgendwie. Wenn ich jetzt Type-O-Negative hinzuziehen würde, das wäre jetzt auch nicht mein erster Gitarren-Song, da kann ich auch ein GX700 von Boss nehmen oder weiß der Henker was. Aber es geht schon darum, das echte Gitarren-Feeling oder wenn ich gerade sowas hier sehe mit der SG, wenn ich nur die Basic-Range von AC-DC sehe von abgedreht, fast clean, was dann passiert, wenn er mit dem kleinen Finger hier das Level anhält, das fühlt sich eben nicht immer gleich an und da ist dann halt das Amp-Verhalten. Das prägt auch die Musik. Und wenn du es nicht hast, dann wird es halt die Musik nicht prägen. Aber dann ist Musik halt anders. Das heißt ja nicht, besser oder schlechter. Es macht was mit dir und du machst was damit und am Ende kommt was raus. Das muss es sein. Ja, nochmal zu was ganz anderem. Was habt ihr Vorbilder, Idole gehabt, irgendwas, was euch geprägt hat? Was war der Gitarrist, der euch dazu gebracht hat, Gitarre zu spielen oder der euch völlig rausgerissen hat oder der euren Weg geändert hat? Waddi, wie sieht es aus? Ja gut, ein bisschen schwieriger. Also das Erste, was mich so richtig geprägt hat, war wahrscheinlich Nirvana. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob Kurt Cobain so ein geiler Gitarrist war, aber ja. Muss ja nicht Virtuosität sein. Es kann ja einfach sein, dass der Style war, der dich umgeputzt hat und das war schon. Ja, das Songwriting, das ganze Feedback, eben das ist nicht Perfekte. Also du bist ein echter Gruncher, oder? Ja, kann man so sagen. Wobei Grunch ja auch vielfältig ist vom Gitarrensound her. Natürlich. Zwischen Pearl Jam, Alison Chains oder so. Jerry Cantrell fand ich auch super, fetter Sound, geiler Style. Ja, na gut. Trotzdem simpel und groovy. Nirvana ist natürlich auch produktionstechnisch irgendwie eine interessante Sache, aber zwischen Grunch, ich sag mal so, Alison Chains und Smash & Pump geht seh ineinander gespielt, stellt es in zwei Welten. So wie ich immer sage. Steffen, sieht es bei dir aus? Ja, das geht, also so die Faszination für Gitarrenmusik, die geht relativ weit zurück, noch bevor ich überhaupt drüber nachgedacht habe, irgendwie mich in die musikalische Richtung zu entwickeln, weil ich von bis heute behaupten würde, so wirklich Ahnung habe ich nicht, aber andere Baustelle. Es ist tatsächlich so, wirklich so, es ist ja so ein bisschen Mode geworden, sich auch so über Metallica lustig zu machen, weil sie halt groß sind, aber ich glaube, der Einfluss den dann auch die Technik und das Riffing von James Hetfield so auf viel, eigentlich jeden und jede in dem Genre irgendwo hatte, das ist nicht zu unterschätzen, aber wenn ich mich jetzt wirklich auf eine Person festlegen müsste, dann ist es wahrscheinlich Alexi Laiho von Children of Bottom, der mit seinem Spiel halt einfach so dieses Virtuose und doch irgendwo eingängiges Songwriting der finnischen Schule irgendwie so geprägt hat. Er ist jetzt glaube ich auch vor, ich glaube mittlerweile sind es vier oder fünf Jahre gestorben, relativ jung, leider Gottes, aber als ich dann glaube ich so das erste Mal mit 14 Follow the Reaper gehört habe, ein Album von 2000, so die Licks, die Leads und alles, da war es ganz klischeehaft gesagt, um mich geschehen. Okay, nicht zu verwechseln mit Don't Fear the Reaper. Auch ein guter Song, aber nee. Gute Strophe. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin gespannt. Ich mag so die Geschichtenerzähler der Gitarristen, also Mark Knopfler fand ich großartig, der hat mich auch zu Boogie gebracht und es ist halt letztendlich für mich so eine sehr lyrische Art und Weise Gitarre zu spielen und der kann minutenlang solieren und du hast ein Bild und du interpretierst da was für dich raus, sagt vielleicht jeder auch von seinen Lieblingsgitarristen, aber das Knopfler habe ich das erste Mal so wirklich erlebt. Das war für mich einfach, dass Gitarre so ein Spektrum an Emotionen hat und da natürlich so, wenn ich mich auf einen jetzt dann entscheiden müsste, David Gilmour ist halt so für mich der ganz, ganz Große. Also ich höre da schon eine Tendenz zu früher Stratocaster raus und Knopfler dann später auch mit Les Paul. Komischerweise war bei mir früher immer die Les Paul eigentlich angesagt, aber das liegt manchmal ja auch an so einem diametralen Umfeld, da war halt die Stratocaster schon bei jemanden besetzt in einer anderen Kumpelband und dann war meins halt die weiße Les Paul und dann bleibst du irgendwie dabei. Brothers in Arms, Force, Halt and Soft Swing. Genau und dann später auch die Dobro und so, das müsste dann schon sein. Ja, großartig. Was geil. Ja, bei mir gibt es da tatsächlich so ein paar zu nennen, die immer wieder so einen Knick in meinen Weg gebracht haben. Ich meine, ich bin halt so wirklich dazugekommen, erstmal so Musik richtig krass mich reinzusteigern mit Linkin Park damals. Und deswegen war Brad Nelson auch so ein Gitarrist so der erste, den ich wirklich so studiert habe. Nicht, weil er jetzt irgendwie krass flashy spielt, macht er ja nicht, da ist er technisch auch sehr limitiert gewesen die ganze Zeit. Aber selbst die Gitarre, die ich hier dabei habe, ist halt so die kirschrote PRS Custom 24, ist auch so ein Ding, was seinen Look immer geprägt hat, was mich auch immer beeinflusst hat, weil die Songs halt auch grandios geschrieben sind, was natürlich nicht nur sein Verdienst ist, aber es war halt so, habe ich mich da reingelebt, die Songs durchgesuchtet, als wäre es irgendwie damals World of Warcraft gewesen zu der Zeit und habe mich da richtig reingesteigert. Dann auch noch, was ich nennen kann, ist Ian Desarven, Bitty Talent, der auch mit seiner Einbindung von Jazz Chords in Punk-Kontext meine Welt komplett durchgeschüttelt hat, weil ich dachte, was muss ich denn da machen, das zu spielen. Weil ich war es gewohnt von Linkin Park, so okay, ein Finger, mal zwei Finger, mal ein Riff. Aber dann plötzlich habe ich die Songs angeguckt und dachte mir so, okay, ich muss mein Game ein bisschen upgraden. Gleiches, als ich dann zum Beispiel Sinister Gates von The Avenged Sevenfold für mich entdeckt habe, den habe ich auch so oft verflucht, aber er hat mich halt zum Lead-Gitarre-Spielen so richtig angepeitscht mit seinen Sachen. Marc Chimonti wiederum, hat mir so die Welt des Fingerpickings eröffnet noch dazu und auch so verschiedene Taktarten, so ein Sechs-Achtel mal irgendwie bewusst zu spielen, zu denken, zu merken, was man überhaupt macht. Aber als dann so ein Plini zum Beispiel in meinen Fokus kam, da war halt vorbei. Ich weiß noch, als ich damals 2016 auf der NMS Leaders Tour war, nachdem mein damaliger Schlagzeuger, mit dem ich auch unsere Band gegründet habe, meinte, ey, guck mal, das ist NMS Leaders, lass mal was von denen zocken in der Probe. Ich so, guck mal die Finger von dem, anders kriege ich gar nicht hin. Der dann, haben wir dann gesehen, in Schlachthof in Wiesbaden, einen halben Meter von der Bühne weg, Plini, erster Act. Ich stand da vorne dran, ich dachte, was macht der Typ? Das Songwriting, die Smoothness in den Melodien, das Fusion-Jazzige und dann aber auch die Härte, die dahinter steckt. Ich war komplett, da war klar, nicht mal der Headler, nicht mal NMS Leaders, hab ich so weggeblasen, sondern Plini. Da war klar, den Style fährst du jetzt auch, das musst du machen. Das ist so, dann noch einzubringen, was bisher so auf meinem Ding gewesen ist, auf meinem der Gitarristen gehabt, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, was der da macht, das ist ganz, ganz anders. Also das sind so die paar Namen, die ich gedroppt habe, die mich da hingeführt haben, wo ich heute bin, in diesem Stuhl. Ja, fantastisch. Jetzt haben wir natürlich eine Menge über Gitarren geredet. Wer redet? Ich sage nur, wie der Lateiner sagt, hic rodos, hic salta. Steffen, hast du ein inneres Mantra, ein Riff, das du spielst, wenn du eine Gitarre testest? Das ist tatsächlich nicht abgesprochen, aber ich finde es schön, dass du das Wort Mantra sagst. Es ist tatsächlich ein Riff von, um bei Ola Endingel und zu bleiben, von dem Song Hate Mantra, das eigentlich in Drop C ist. Ich bin jetzt hier auf Drop Giz. Ich werde es trotzdem einfach mal probieren. Ich kriege es nicht ganz zusammen. Ich lerne tatsächlich selten mal Riffs, sondern eher so auf Sicht und gucke dann, wie nah wir rankommen. Aber das ist sowas. Das hat irgendwie so alles, wenn ich wissen will, wie reagiert ein Amp auf meinen Spielstil, auf eine bestimmte Gitarre. Es hat die Par-Mutes, es hat die Single-Notes, es hat die Power-Chords. Das heißt, ein Kombi macht es auch ein bisschen. Genau, da ist dann einfach mal alles drin, um einfach mal abzuchecken, wie reagiert auch einfach das ganze Equipment auf das, was ich da eigentlich mache. Das sind natürlich Riffs, die machen genau dann Spaß, wenn man halt reinhaut. Aber dafür ist die Gitarre ja auch gemacht und dafür ist der Sound dann auch im Endeffekt eingestellt. Buddy, wie klingt eigentlich diese SG? Wollte ich mich mal erkundigen? Dann schauen wir doch mal. Geil, in deiner Band wäre ich gern Bassist. Fantastisch. Kein Pfefferspray, bitte. Kleine Völker, stehe ich an der Tür und hebe den Finger. Vielleicht gerade kurz, das war ja so ein richtiges Kopfnicker-Riff. Was war das jetzt? Das war ein Riff von mir. Ah, okay. Also irgendwie so ein klassisches Ding, was ich einfach spiele, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme. Ja, cool. Ja, cool. Muss ich irgendwann mal einen Song draus machen. Ja, definitiv. Wunderschön. Jochen, du fällst soundtechnisch ein bisschen aus der Reihe, aber bei Martin. Wenn ich ganz laut spiele, zerrt es vielleicht ein bisschen. Ja, ich spiele, also ich habe nicht so einen Riff. Ich spiele, ich arbeite immer irgendwie in Songs und der letzte Song, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, war unser Weihnachtsliedchen. Und das habe ich auch auf der das Riff entwickelt und habe es dann zwar später auf einer Superchumba auf dem Gipsen eingespielt, aber die kann das eigentlich auch ganz gut. Und so weiter. Das ist, ich mag den Ton von dieser Gitarre. Das ist echt so. Ja, ich finde diese Vintage-Seiten von Martin, da habe ich auch sowas mitgebracht. Die finde ich zumindest mal zum Ausprobieren irgendwie ganz, ganz nice. Die, das ist eine reine Nickelseite und die haben es jetzt wieder frisch aufgelegt. Okay. Und für mich fällt auch ganz so dieses Glockige, was die Bronzen-Seiten so manchmal mit sich bringen, also eine schöne Seite, insbesondere wenn es halt ein bisschen härter und lauter klingen soll. Aber wenn man tendenziell dazu singt, finde ich jetzt gerade so diese beschichteten, so die Polyweb-Seiten, die eigentlich auch gar nicht mehr so en vogue sind, weil das so die Vorgänger waren. Aber die haben halt ganz wenig Höhen und das ist aber, wenn man gleichzeitig eine Stimme mit aufnimmt, nämlich ein großer Vorteil, dass dir die Gitarre nicht oben alles wegbrezelt. Du kannst noch ein bisschen gesamten Höhen geben und die Stimmen kriegen die Höhen. Die Gitarre ist immer noch einigermaßen proper. Ich habe da noch eine Frage. Also von hier aus sieht es aus wie ein Elfer- oder Zwölfer-Satz, würde ich jetzt grob gesagt haben. Ja, ich habe meistens dieses 52, 12, 13. Und du bist bei Alex hier, bist du auf jeden Fall happy. Hast du manchmal Open-Tuning-Sachen irgendwie? Eigentlich ganz selten. Nee, also ich spiele eher dann, also momentan spiele ich hauptsächlich Ukulele, mache auch so Mandoline-Sachen noch und also wenn ich dann so andere Klangwelten brauche, dann gehe ich tendenziell, bin ich froh mal so ein anderes Instrument wieder in die Hand zu nehmen, dass die nicht nur rumstehen. Bist du mal mit Fingerstyle sowas wie Michael Hedges in den frühen Tagen, in den Spät-80ern? Also ich habe verschiedene Techniken so gelernt, dass ich auch zum Beispiel hier Picking und hier gleichzeitig zupfe und habe auch ein paar Jahre klassische Ausbildung, habe auch mal ein bisschen Klavier gelernt und so. Also mach auch Rhythmussachen sehr gerne nur mit dem Daumen, weil es halt auch so ein Sound ist, der schön im Background bleibt. So ein Black drum, das drückt es halt immer total nach vorne, wenn du das nur mit der Daumenfläche spielst, dann hast du halt Platz für allerhand andere Dinge, auch für das Percussive, die Transienten von anderen Instrumenten. Setz dich halt viel besser durch, als wenn du mit dem Black hier alles überreißt. Na klar, auf jeden Fall. Wunderschön! Ja! Pascal, du bleibst noch übrig. Ja, tatsächlich. Dann spiele er auf zum fröhlichen Tone. Das haben wir hier ein schönes. Erstmal ein Clean Sound, das ist ja wunderbar. Vielleicht ein bisschen raus bei den E-Gitarristen hier. Was aber so ein Ding ist, was ich immer ganz gerne mache, um meinen Clean Sound zu checken, das ist natürlich auch ein eigenes Intro von einem Song von uns, von Galaxies. Das ist immer ganz schön, um zu checken, ob der Chorus-Gehalt im Sound stimmt oder ob der Hall auch gut ist, das ist immer so ein Go-To-Ding. Wenn ich jetzt mal an Verzerrung denke, natürlich auch dabei habe. Natürlich auch so die Tremonti-Dinger sind immer sehr, sehr beliebt. So Addicted to Pain, zum Beispiel von Alter Bridge oder auch so die Solo-Sachen, die er so hat, was halt schön abgeht, ist auch gut für die paar Minuten direkt beim Soundtrack auch immer ganz gerne. Oder was ich auch sehr, sehr gerne mache beim Soundtrack, auch für die breiteren Chords auch was zu kriegen, ist von Dream Theater Metropolis Part 1. Da gibt es so ein schönes Riff. Das ist auch so ein All-Time-Klassik, den ich sehr gerne mag. Ich habe das Gefühl bei Tremonti und Alter Bridge teilweise auch immer, das fängt so heavy teilweise an, dass ich denke, gleich werde ich im Grund und Boden geschrien und dann kommt die netteste Strophe der Welt. Und dann weiß ich, oh, ich höre doch Rockmusik, es ist kein Metal. Aber generell solche Bands sind auch immer cool, die so ein heftiges Instrumental haben. Da habe ich auch so ein Fable dafür, so Sachen, wo es so richtig brettert im Instrumental, aber die Stimmen dann einen Kontrast geben. Auch so Bands wie Deftones zum Teil sind ja auch viele Sachen, wo so flächige, fette, tiefe Gitarren sind und dann der Gesang aber so richtig hauchig einfach. Oder Catatonia, auch eine Band, die ich mittlerweile sehr feiere, wo das auch sehr krass ist. Ja, sowas finde ich immer ganz cool. Sleep Token hat auch für mich solche Gesangssachen. Das ist so die tagesaktuellste Variante davon. Was ist denn hier los? Ich wollte gerade sagen, der junge Mann kennt Deftones und Jochen spricht von Sleep Token. Und der alte Mann kennt Sleep Token. Alles klar. Es ist unglaublich, wie Sleep Token auch diesen ganzen Stil und eigentlich alles komplett über Bord werfen und damit so ein bisschen der Kollege aus der Plugins-Abteilung hat es beschrieben, die haben die große Club-Phase einfach mal komplett übersprungen und spielen jetzt Arena-Touren. Ärgern sich Meshugga darüber wohl? Bitte? Ärgern sich Meshugga wohl darüber? Ja, zu Recht. Auch sehr interessant, Meshugga, auch so eine Band, die die Gitarre so ein bisschen interpretiert wie kaum eine andere. Also das Ding so als Rhythmus. Ich glaube, den Rhythmus von Bleed hat jeder im Kopf. Ich bin ehrlich, ich will es nicht versuchen. Es wirkt manchmal so simpel, aber es ist doch recht anspruchsvoll, diesen Rhythmus durchzuhalten. Weiß jemand der Anwesenden, ob die Achtseiter-Gitarre mit Meshugga und Ibanez gemeinsam entwickelt wurde? Kann da jemand was zu sagen? Wisst ihr das? Du meinst der Achtseiter ganz generell? War da irgendwas drin? So ganz genau? Streiten sich die Geister? Gute Frage. Schwierig, ne? Nee, keine Ahnung. Wobei, ich weiß nicht, die achte Seite irgendwann ist halt auch mal vorbei. Ich meine, du hast wirklich den Klang von der Faust auf einem alten leeren Öltank irgendwann. Ja, aber das Interessante ist halt wirklich, dass es wirklich Leute gibt, die das Ding halt nicht unbedingt als ein Instrument sehen, sondern, also nicht als ein musikalisches Instrument, sondern einfach nur als ein Werkzeug für Sounddesign. Gerade jetzt Leute wie, um mal wieder zurück in die 90er zu gehen, Leute wie West Borland, die Sachen mit einem Whammy Bar machen, die halt heute noch irgendwie nachhallern, nur dass die Leute das heute nicht mehr mit der Hand machen sollen, sondern sich dann hier so ein Whammy Polyphon-Shifter hinbauen müssen. Und er kriegt das halt mit der Hand hin. Aber seine Riffs sind jetzt nicht unbedingt direkt musikalisch, aber es ist Sounddesign auf eine ganz andere spannende Ebene. Ich dachte, Pitchhifter wäre Tom Morello, Hoheitsgebiet, aber du hast West Borland jetzt. Auch das. Okay. Bei Tom Morello ist die 8 Oktave nach oben, die dann anfängt zwischenrein zu springen. Bei West Borland ist dann eher der Dive nach unten, der dann das Ganze ausmacht. Interessant in dem Zusammenhang vielleicht auch, dass die Nashville-Gitarristen früher oftmals nur drei Seiten auf der Gitarre hatten. Also die haben wirklich nur die dünnen Seiten unten gehabt, weil fürs Arrangement wollte man die Bassseiten einfach gar nicht nutzen. Dafür waren einfach schlicht andere zuständig. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen den Umgang mit der Musik. Mittlerweile gibt es halt viele Gitarristen, die so alles machen wollen. Very impressive. Und andere waren halt völlig funktional. Als ganz kleines Teilchen in einem großartigen Getriebe von einem Song. Und es ist irgendwie schade zu sehen, dass genau diese Leute, die eben funktional sind und wirklich ihr Instrument auf so punktgenau beherrschen, ohne dass sie jetzt großartig flashy oder virtuos sind. Wir hatten es ja eben, dass die mittlerweile auch so ein bisschen fast schon in Verruf geraten. Dominic Miller. Bitte? Dominic Miller. Sting. Vorher Phil Collins. Sehr funktional, studiert, angehört vom Studio. Aber das ist der springende Punkt für die Komposition zu spielen, zu funktionieren. Die Fläche zu sein, der Chord zu sein, das Lied zu sein. So ja auch bei Brad Johnson von Linkenpark gewesen, wie ich vorhin erwähnt habe. Das ist ja eigentlich auch noch Serving the Song, was er gemacht hat. Da sind wir aber dabei. Also ich meine, wir haben ja nachher auch den Song lieb. Darum geht es ja. Wir wollen ja irgendwie Musik hören und nicht. Aber ich meine, Jimmy Hendrix in allen Ehren und ganz viele nach ihm oder wer auch immer. Aber der Song an sich, ich meine, wir wollen Musik hören und die wird halt dann in dem Fall von der Band gespielt. Und natürlich auch vom Sänger getragen. Naja. Aber noch an dem Punkt. Habt ihr noch Anekdötchen, lustige Gitarrenstorys, furchtbare Gitarrenstorys, Dinge, die... Habt ihr mal eine 59er Les Paul Goldtop verbrannt versehentlich oder... Nicht ganz, aber um an das Thema vorne anzuknüpfen mit Gitarrenmodding. Also ich hab eine Epiphone SG, wo ich auch mal irgendwie Probleme mit der Elektronik hatte. Und hab dann dementsprechend mir so einen 20 Euro Baumarkt-Lötkolben gekauft und hab gleich mal so das hintere Teil von der Gitarre angebrannt. War zum Glück nur die Epiphone. Also ja. Okay. Also üben, bevor es dann die Richtige gibt. Ja. Ich hab mal was ähnliches mit einer Harley Benden gemacht. Ich hab mir dann so ein Multitool gehabt und hab das Ding ein bisschen runtergeschabt und das so ein bisschen zu Vintagen. Im Endeffekt, das ist dann irgendwie so einfach ein Modeling-Projekt, wo man dann einfach mal ausprobieren kann, bevor man halt an was Hochwertigeres geht. Das ist aber nicht die Story, die ich jetzt erzählen würde, sondern eher... Kann ich da nochmal kurz einhaken, aber gerade schon dabei sind die Gitarren zwar schlimm bessern. Ich hab nämlich bei der mal die Idee oder schon öfter die Idee gehabt, das Floyd Rose mal komplett zu zerlegen und mal halt Grund zu reinigen. Weil ich meine, da sammelt sich ja auch irgendwann einiges an Bakterienkolonien an. Wahrscheinlich mehr als in jedem Joghurt, den man stehen lässt. Und dann hab ich halt aber planlos, wie ich war, vorher nicht gecheckt, in welcher Anordnung eigentlich die Seitenreiter angebracht sind. Und die sind nummeriert. Aber die Nummern sind nicht aufsteigend zu befolgen. Habe ich dann gemerkt, als ich dann drei Wochen lang mit einer viel zu hart gespannten hohen E-Seite gespielt habe und dachte, was ist hier plötzlich los? Ich muss gegen meine eigene Gitarre kämpfen. Ja, irgendwann habe ich mich dann ein bisschen informiert, habe es dann nochmal auseinandergebaut. Mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert. Aber das war ein harter Lernweg. Oder vor allem auch meine Lieblingsgitarre, wo ich dachte so, Alter, ist Ihre Ehre jetzt vorbei oder was? Immer schön dokumentieren, wo es hingeht. Definitiv. Nun. Ja, gut. Gut, ich stelle vielleicht die Frage. Es gibt zwei interessante Storys. Also ihr könnt jetzt Panzertape oder Parkplatz. Was klingt interessanter so jetzt ohne Kontext? Panzertape. Panzertape? Okay. Also wer live spielt oder ganz generell, der hat vielleicht auch ein gesteigertes Interesse daran, dass der Gurt dort bleibt, wo er sein sollte. Dafür gibt es dann hier diese Security-Logs zum Beispiel von Firmen wie Schaller, Warwick und wie sie alle heißen. Und das Design hat sich auch immer ein bisschen weiterentwickelt. So der Klassiker war ganz stumpf eine Achtkantmutter mit einer Unterlagsscheibe noch und dann auf Glück hoffen, dass du fest genug angezogen hast. Ich hatte nicht fest genug angezogen. Und dann stand ich irgendwann da, bewege mich und die Gitarre geht halt komplett runter auf den Boden. Und ich habe dann versucht, das irgendwie dann wieder festzumachen zwischen den Songs. Dann ist er wieder runter und aus der Band, die für uns Support gemacht hatte, kam dann einer mit Panzertape, klebt mir das Ding ungefähr hier hin und klebt den Gurt hier drum mit ich weiß nicht wie vielen Lagen Panzertape. Wenn ich mir Gedanken gemacht hätte, was jetzt mit meinem Luck passiert wäre, dann wäre ich innerlich wahrscheinlich gestorben. So, es hat funktioniert. Aber es war auch mal ein Gefühl, hier in der Jazz-Haltung dann ein Metal-Konzert zu spielen. Oh mein Gott! Mittlerweile wurde das Design angepasst, mittlerweile auch ein schöner Schraubring mit einer extra Feststellschraube. Da ging die Entwicklung definitiv zum Positiven. Hast du einen auf Lager? Naja, also wenn es um Gitarre... Ich habe noch eine Story, die eigentlich ganz cool ist. Und zwar saß ich mal vor ein paar Jahren im Session in Frankfurt in einem Gitarrentestraum und habe da, ich weiß gar nicht mehr, was ich eingeschäppert habe. Und dann kam noch jemand rein. Ich dachte mir erst so, okay, ich will jetzt gerade die Gitarre testen. Jetzt kommt dann einer dazu und spiel jetzt auch irgendwas. Was soll denn das werden? Dann fängt er an, den Song Psycho von Muse zu spielen. Und dann haben wir einfach ohne und wir saßen quasi Rücken zu Rücken. Haben wir diesen ganzen Song, weil ich konnte den auch, haben wir zusammen durchgejammt. Ohne Becken-Track, ohne Drums, ohne irgendwas. Nur das wirklich im Timing perfektes Riffing durch den ganzen Song. Gucken uns das an und so, ja, war gut, ne? Das ist ultra geil und vor allem mal genau das positiver Gegenpunkt zu Geübt wird zu Hause über eine Abteilung und in der Gitarrenabteilung No Stairway to Heaven, please. Der Song war es irgendwie auch nicht. Aber das war geil. Wir haben uns dann noch ganz kurz darüber unterhalten, ob Matt Bellamy eigentlich die Thede spielt. Dann habe ich mal, nein, er spielt eine Mason und dann war vorbei. Dann ist der Typ wieder rausgegangen. Aber das war nicht, weil er abgefuckt war, sondern einfach nur, weil er halt fertig war. Aber das war so ein Encounter, der so unverhofft kam und so viel Freude. Weil ich jetzt immer noch sieben, acht Jahre später darüber rede. Das ist aber schön. Das ist geil. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, Musik ist echt so, wenn man dieses Match so hat. Das ist schon irgendwie, weiß nicht, das war mega funny einfach. Das finde ich total schön. Jochen, hast du noch was? So eine Gitarrenproducing-Story. Ich habe eine Gitarre aufgenommen damals für eine Heavyband. Die war so leidlich angesagt. Und irgendwie habe ich es beim Mischen. Das war noch auf einer Studer 800 und es klang irgendwie halt nicht gut. Es war irgendwie immer dumpf. Ich habe gedreht eine Stunde lang. Es war einfach kein geiler Gitarren-Sound. Aber irgendwann dachte ich dann, ein Versuch ist es wert, weil ich hatte mit Dolby A aufgenommen und habe dann einfach am Repro-Weg Dolby A ausgeschaltet und das war der Hammer-Sound. Und auch die Band kommt rein. Kein Equalizer mehr angefasst. Einfach nur mit Dolby A aufgenommen, ohne Dolby A abgespielt. Das klang fantastisch. Heute noch ein geiler Gitarren-Sound. So geht das, meine Damen und Herren. Aber schwer nachzumachen. Heutzutage. Ja, selbst bei allen Universal-Audio-Schleuderpreisen, dass es analog geht. Ich bedanke mich ganz herzlich und ja, das war wirklich sehr anregend. Wir sehen uns hoffentlich bei einem weiteren Hofer Talk. Ansonsten verabschieden wir uns für heute und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.